Läge Debut Wunderschöne Toaster Nach fast zwei Jahren Gebrauch funktioniert der Toaster immer noch einwandfrei. Wir benutzen den Toaster jeden Tag und die funktionsfähig ist wie am ersten Tag perfekt. Der optische Zustand ist auch tadellos, kein abperlendes Lackes oder ähnliches. Würden den Toaster jederzeit wieder kaufen. Ich liebe die Marke und sieht super aus. Alles bestens, von der Bestellung bis zur Lieferung alles super gelaufen. Guter Toaster Da alle Toaster aus einem Heizelement und einen Bimetall zur Zeit Begrenzung bestehen, können sie sich in der Technik kaum unterscheiden. Also bleibt Design und Preis als Entscheidungskriterien. Bei uns musste es Metallic Rot sein, damit das Gerät zur Mokka Master Kaffeemaschine passt. Farbe stimmt und passt, Design schwarz-rot passt ebenso. Toaster Ergebnis auf Stufe 3, 5, 4 Pfote sehr schön gleichmäßig. Herausnehmen ebenso einfach sogar ohne Nutzung der zusätzlichen Hebefunktion. Für uns genau der Richtige. Optisch ist der Toaster sehr schön. Funktioniert auch ohne Probleme. Leider braucht der Toaster sehr lange bis er fertig ist. Der Toaster ist ein Teil unseres Sets. Er bräunt einen hervorragenden Toast und dieser ist auch sehr gleichmäßig gebräunt. Durch die Krümelschublade ist er auch sehr leicht zu reinigen. Zuerst hatte ich ein paar Rezessionen hier durchgelesen und konnte einige gar nicht nachvollziehen. Unsere Toasts werden von diesem Gerät beidseitig gleichmäßig gebräunt und er tut was ein Toaster tun sollte, nämlich tosten. Plus Liebes, Feminines, Design, meine Frau liebt ihm, die plus nix zu globig plus brösel das Aufsatz für Brötchen, gibt's zur Zeit nichts zu beanstanden. Mulinix ist eine zuverlässige Marke. Das Gehäuse ist sehr robust und das Toast goldbraun gebräunt. Klick Link in Description for more reviews. Thanks for your watching. Liebes, Feminine, meine Frau. peac andiver W-, LED1 sch Seniormattout Beachzig 45 свое